Hi! Willkommen zu einer neuen Folge! Hoppala! Diggaude! Und was ihr wissen müsst, Diggaude ist schon sehr lange so wie Clash Troja. So, das bedeutet, desto besser wir probieren den mal aus. Natürlich haben wir hier noch ein paar Belohnungen von letztes Mal. Ich weiß selber nicht, was die machen, was die sind. Hier eine Truhe. Die kriegen wir Geld raus. Und zwar sehr viel, so können wir unsere Pickaxe abküllen. Nein! Ich will dieses Schwertchen nicht ver- Ich hab die da. Und die nehm ich auch. Gut, also. Ich geh zu den Truhen, öffne eine, wo ich Knochen rausbekomme. Zack, krieg den Knochen raus. Etwas Geld interessiert mich jetzt nicht. Und dazu kriegst du den Knochen. Und wir gehen runter. Was kannst du denn so gut? Boah, er krepzt dich automatisch runter. So, so, so. Oh nein! Geil! Ich hab den Stein wegge- War der kleiner Cut bis gleich. Gut, wir leben wieder. Aber was kann der bohren so? Und wenn ich diesen Block abbaue, dann passiert was. Hä? Das ist ja genauso unnötig wie der Bumbara. Macht der Geister? Oder wie? Aber was macht der? Tötet der was? Tötet der was? Warte, das teste ich auch aus. Das ist aber schwer. Das auszuprobieren jetzt. Hm. Wir probieren das bei jemand anderen. Bei dem. Bei dem. Bei dem Laserteil. Da. Bei ihm muss es ja wohl klappen. Ey. Lass du, ich hör jetzt einfach auf damit. Pfff, ich will da grad reinrennen. Ne, ne, ne. Bei dem Tunnel. Dschungel. Ich seh es. Okay, okay. Jetzt haben wir ein Problem. Das ich was sagen wollte. Hier können wir alles töten. Beim Eid abbauen verschwende ich auch keine Schissdinger. Abbaue. Was? Die nehm ich mir mit. Alter, wie gemein war das denn nicht zahlen kann. Cut. Das klappt. Hier geht es weiter. Und diese Werbung hier ging eine Minute. Ne. Beenden. Zack. Mission zerstöre. Drei Spiele. Gute Arbeit. Kriege ich den Schlüssel von dir. Du alter Arschloch. Danke. Na, mir gefällt er nicht so gut. Alter, als ob ich da durchschwerbe. Nein, da starte ich hier lieber neu. Hier so. Nein, ich will den nicht haben. Der ist dumm. Wow. Was? Trotzdem will ich ihn nicht tappen. Ich weiß nicht, wie ich es austesten kann, ob er Monster töten kann. Und zwar jetzt. Okay, anscheinend kann der Monster töten. Aber gut ist er jetzt nicht. Alter, ich werde nämlich fast getötet. Ich bin in die Stachel reingelaufen. Hierher geht es weiter. Wie rum ich das abbaue, weiß ich auch selber. Hier komme ich nicht raus. Vielleicht komme ich von da raus. hier komme ich auch nicht raus. hier komme ich raus. hey wieso ballert das ding da immer? fuck das war so dumm. das zahle ich. das war eine echt kurze werbung. die ging nur 2 3 4. ja okay das ist zu wenig. 13 sekunden. als ob ich nur das krieg. die truhe hat sich so gar nichts gelohnt. für die werbung war es aber okay. noch ein schlüssel. wir wollen legendäre truhe. schlüssel. ach du scheiße was war das? rennt er jetzt in die stachel? ja. das ist gut. wenn ich mich... mein juwel ist verschwunden. da kann ich nichts machen. weg vom geist auf jeden fall. weg vom geist auf jeden fall. oh mein goh. das war alles viel. einen Orangenen. Also ich überlebe einfach nur eine goldene Kiste. Die goldene hole ich. Alter, heftige Schlange. Da, jetzt aber. Wie kommt man hier runter? Bitte. Scheiße, ich brauch so ein Ding. Nee. Wir haben noch einen Abbauer. Das war's. Das war so gut, dass ich noch mal hochgegangen bin. Eine goldene Kiste. Als ob das da drin sein kann. Also ich finde es gut. Das finde ich nicht gut. Aber wir zahlen. Oh, jetzt bin ich gefangen, oder? Oh, nee. Aber die Kiste. Oder? Stein. Was ist denn mit dem Ernst? Okay, jetzt müssen wir aber. Bitte. Nein. Okay, jetzt müssen wir hoch. Ganz langsam. Und gucken, ob ich was finde. Jetzt kann ich hier ganz langsam abbauen. Aber das lass ich da. Das auch. Nein. Ich will nicht verkacken. Nee, da kann ich nicht weiter. Ich muss vier zahlen, gell? Wie viel hab ich? Steht nicht. Nee, gut. Ich glaub, das war's dann für mich. Ich glaub, das war's. Das war's. Vier. Kosten, oder? Okay, hier. Fuck. Geil, und der... Weißt du, ist das immer so'n Scheiß? Weil ich leg den Weg frei, damit ich wieder hoch kann. Was ist das? Nein, was war das? Ey, cut. Ich öffne die Thron beide. Cut. Hier geht's weiter mit zwei Thronen. Das war eine. Und das die andere. Und die sind eh nur scheiße drin. Aber was war das da vor? Da vor mir. Was ist das? Alter, ich krieg übertrieben viele Schlüssel von dir. Vielen Dank. Hier. Nein, ich schlüssel, werde ich auch sparen. Oh, boah. Versagt, oder? Wie lange geht die Folge mittlerweile schon sehr lang? Okay, wir graben uns heute jetzt nur so schnell wie möglich runter. Das ist diese eine Challenge, da wisst ihr noch? Boah, ich schaff's zum Dschungeln? Nein, leider nicht. Okay, das war doch Video und singen. Cut. Es geht weiter. Wir sind im Dschungel mit Rush runtergekommen. Wie nice. Rush, einfach nur Rush. Weiter Rush. Rush einfach nur. Rush ist erst gut. Taktik. Nee, das hat mich so ein Teil zermatscht hat. Nicht wahr, oder? Okay, ich hoffe, ich hat diese Folge gefallen. Skippt dann mit einem Hochdommel-Matic-Aude sehen wollt. Und abonniert mich, wenn ihr es nur noch getan habt. Und ja, bis nächstes Mal und ciao.